Also ganz kurz nochmal zu der ganzen Initiative heute Abend. Das ist das erste Fest von dem Verein Steppenboot. Jeremy und ich sind die Begründer sozusagen und wir haben schon ein paar Mitglieder. Wir freuen uns sehr, wenn ihr Teil von Steppenboot wird. Es geht um den Kulturaustausch, um die Kulturbrücke zwischen unseren Ländern. Es gibt ja immer so Star, wo ist das? Irgendwie ganz weit weg. Aber man kann sagen, von uns lernt uns kennen. Wir versuchen einfach das Beste zu geben, einfach weg von Stereotypen. Weil es geht einfach um die Völkerverständigung, die gerade heute so wichtig ist. Also wirklich vielen Dank, dass ihr heute da seid. Es gibt, was die Lieder aus meiner Heimat, aus unserer Heimat, aus den noch unbekannten Gegenden dieser Welt in Berlin sozusagen so schön und so poetisch. Wir suchen den Werden. Wir suchen den Werden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020